Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz hier bei Holstein Kiel vor unserem Bundesliga Heimspiel am kommenden Samstag. Wir empfangen den 1. FC Heidenheim. Anschluss ist um 15.30 Uhr. Aktuell sind rund 14.000 Tickets verkauft. Dementsprechend werden ab 13.30 Uhr die Tageskassen am Stadion geöffnet sein und alle die mit dem Auto kommen können wie immer die Parkflächen rund um das Stadion nutzen, wie zum Beispiel das Nikola Tesla Parkhaus oder das Lubinus Klinikum. Alle Infos dazu auf unserer Homepage holstein-kiel.de im Bereich Stadionerlebnis. Und wie gefunden fahren die Shuttlebusse der X91 und für alle Gästefans gibt es den Parkplatz in der Leibnizstraße mit einem kostenlosen Shuttle zum Stadion. Ja, damit kommen wir jetzt auch schon zum sportlichen Teil und da begrüße ich wie immer unseren Cheftrainer Marcel Rapp. Wieder ab ist ja gesperrt. Colin Kleinebekel, Ando Kelati und Alexander Bernhardson fallen weiter aus. Wie sieht es aktuell bei Luis Holpi und Kalle Johannsson aus? Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Hat sich weiterhin nichts verändert, werden weiterhin nicht zur Verfügung stehen. Aber ansonsten sind alle gut aus dem Spiel gegen Köln rausgekommen. Ja, danke Marcel. Damit kommen wir dann auch zu den Kollegen hier von der Presse vor Ort und starten mit Andreas Geidl für den Kicker, bitte. Ja, moin. Marcel, Kalle Johannsson und Luis Holpi, gibt es denn da schon so eine Prognose, wann die eventuell wieder einsteigen könnten? Boah, schwer zu sagen. Luis Holpi macht individuelles Training. Muss von Tag zu Tag schauen. Kalle Johannsson hat ein bisschen Probleme mit dem Knie. Auch da muss man von Tag zu Tag schauen. Also ich gehe davon aus, dass jetzt nichts längerfristiges ist. Aber wie gesagt, Luis fällt jetzt auch schon ein paar Tage aus. Man kann schwer was dazu sagen. Ja, dann machen wir mit. Ja. Anschlussfrage noch. Die 14.000 Zuschauer, das bezieht Sie auf den Heimbereich, dass da noch Karten zur Verfügung stehen oder auf den Gästebereich? Auch den Gästebereich. Aha, gut. Genau. Ja, Matthias Herrmann von den Karten, bitte. Ja, moin Per, moin Marcel. Um beim Personal zu bleiben, in Köln hat jetzt Phil Harris über 90 Minuten gespielt, hatte ja in Stuttgart schon ein paar Minuten bekommen. Ist er jetzt auch eine Option für das Spiel gegen Heidenheim? Und wie beurteilst du generell so seine Leistung aus den Spielen? Ja, grundsätzlich ist er auf jeden Fall eine Option. Seine Leistung hat daran angeknüpft, was er im Training gezeigt hat, dass er schon zweikampfstark ist, dass er Bälle gut festmachen kann, dass er auditiv attackieren kann, dass er auch torgefährlich ist. Das haben wir, glaube ich, auch gesehen, dass er da immer Torgefahr ausstrahlt. Er ist ein Spieler, der zu uns gekommen ist, aus der Regionalliga, der, glaube ich, top war, bei uns Konkurrenz hat, große Konkurrenz hat, er sich trotzdem verbessert hat, peu a peu, sich nicht zu schade ist, in der U23 zu spielen, da Minuten zu sammeln und aus dem Grund dann auch einfach, sagen wir mal wie aus dem Nichts, 90 Minuten abzuspulen ohne Probleme, weil er einfach fit ist. Ich glaube, so muss es sein und auf dem Weg werden wir ihn begleiten und deswegen bin ich bei Phil sehr positiv gestimmt. Ja, dann geht es weiter mit Jan Briggs vom SRZ, bitte. Ja, guten Morgen, Marcel. Frank Schmidt hat gestern auf der Pressekonferenz von Heidenheim gesagt, dass ihr euch eigentlich keine Niederlage leisten könnt gegen Heidenheim und das Spiel deshalb schon eine besondere Brisanz hat. Wie siehst du das? Wie groß ist der Druck aus deiner Sicht? Keine Ahnung, ob wir uns keine Niederlage leisten können. Ich weiß nicht, ob die Saison danach zu Ende ist und ein Strich drunter gezogen wird. Das sehe ich nicht so. Natürlich wollen wir das Heimspiel gewinnen. Ein Heimspiel, Zuschauer werden da sein. Wir haben richtig Bock drauf, das Spiel zu gewinnen. Wir sind nicht weit weg. Ich glaube, wenn man sieht unsere Spielleistung und die Ergebnisse, dann sieht man, glaube ich, dass der Gap gar nicht groß ist, was wir brauchen, um Punkte zu kommen. Und da wollen wir morgen mit anfangen. Nicht mehr und nicht weniger. Und was dann andere sagen oder wie das dann gemeint ist, kann ich nicht beurteilen. Für uns ist es jetzt kein Endspiel. Und trotzdem wollen wir mit allem, was uns zur Verfügung steht, das Spiel zu gewinnen. Nächste Frage von Samir Schauke, bitte von NDR. Moin erstmal. Heimspiel ist auch so ein Thema. Bisher vier Spiele, vier Niederlagen. Wann fängt man da an, in die Psychokiste zu greifen, dass man vielleicht mal irgendwie vorm Heimspiel im Hotel schläft oder so? Gar nicht. Weil ich glaube, es geht darum, Leistung auf den Platz zu bringen und nicht irgendeinen Hokus-Pokus zu veranstalten und danach zu sagen, ja, an dem lag's. Weil ich glaube, das ist nicht messbar. Wir versuchen, die Abläufe zu optimieren, vielleicht auch ein bisschen anzupassen. Aber wir waren in der Vergangenheit überzeugt, dass es gut ist, die Abläufe. Und sind jetzt auch überzeugt an den Abläufen. Und deswegen, wir müssen Leistung auf den Platz bringen. Was ich gerade gesagt habe, dieses Gap ist, glaube ich, nicht groß. Immer die Spielleistung bewertet und die Ergebnisse. Passt das oft nicht ganz so zusammen. Da müssen wir einfach dranbleiben, müssen geduldig bleiben und trotzdem mit der vollen Überzeugung und mit der vollen Leidenschaft morgen da reingehen. Und dann sehe ich eine große Chance auf drei Punkte. Ja, nächste Frage von Leon Thomsen, RSH, bitte. Ja, Kiel hat de facto die schlechteste Defensive der Liga, auch im Pokal. Jetzt gab es wieder drei Gegentore. Hat die Dreierkette langsam ausgedient oder wo macht ihr das Problem aus? Wo setzt ihr da an? Ja, also, wenn man jetzt die Statistik nimmt, dann muss ich sagen, ja, wir haben ein Problem. Ja, die Dreierkette hat eigentlich ausgedient, weil wir, wo wir so gespielt haben, viele Tore bekommen haben. Aber das ist halt die Statistik. Und das hat dann nichts mit dem Spiel an sich zu tun. Weil ich glaube, wenn man das Spiel sieht, würde keiner auf die Idee kommen, dass Köln drei Tore besser war wie Holstein Kiel. Ich glaube, Köln hat, wenn überhaupt, viermal aufs Tor geschossen bei uns. Also von dem her, die Statistik ist das eine. Wenn du mich danach fragst, dann sage ich, hat ausgedient. Und wenn ich das Spiel sehe, dann sieht es manchmal anders aus. Und von dem her, auch die Diskussion, Viererkette, Dreierkette, so kann nichts da wieder anfangen, wenn ich ehrlich bin. Ja, kommen Peters von Sat.1 bitte mit der nächsten Frage. Moin Marcel, wo siehst du die Stärken der Heidenheimer und wie könnt ihr am besten dagegen angehen? Ja, ich glaube, es ist kein Geheimnis. Es ist schon jetzt oft über Heidenheim auch berichtet worden, aber es ist auch so. Sehr laufstarke Mannschaft, sehr disziplinierte Mannschaft. Eine Mannschaft, die viele Zweikämpfe führt, die sich nicht zu schade ist, nach hinten zu verteidigen. Die Kopfballstark ist, im Sinne von Standards gut ist und die auch straight Richtung Tor spielt. Das finde ich so die Stärken grob. Und wie kann man dagegen vorgehen? Ja, ich glaube, wir sind auch laufstark, wir sind auch intensiv in unserer Art und Weise des Spielens. Wir müssen gute Lösungen finden mit dem Ball, weil ich glaube, wenn wir einen freien Spieler haben, wenn es überhaupt einen gibt, es kann auch sein, Heidenheim verteidigt eins gegen eins über den ganzen Platz, dann muss man sich anders durchsetzen. Aber wenn es mal einen freien Spieler gibt, wird er nicht lange frei sein, weil die Räume zulaufen. Darauf werden wir vorbereitet sein und werden hoffentlich gute Lösungen finden. Ja, dann bitte ich jetzt um die Handzeichen bei weiteren Fragen. Dann fangen wir mit Jan an, bitte. Ja, Timo Becker hat Dienstag nach dem Spiel gesagt, jetzt müssten auch die erfahrenen Spieler dafür sorgen, dass die Stimmung vor diesem Spiel, vor diesem wichtigen Spiel gegen Heidenheim wieder positiv wird. Kannst du uns mal einen Einblick geben, wie ist die Stimmung jetzt in den vergangenen Tagen gewesen oder wie ist sie heute? Heute weiß ich noch nicht, aber grundsätzlich sage ich ja auch immer, wir haben ein gutes Miteinander. Das ist ja schon mal die Basis von allem. Natürlich, wenn man dann ein Spiel verliert oder auch jetzt ein Pokalspiel, dann ist man ja erst mal sehr enttäuscht. Und dann ist ja auch der Moment, wo du dann ihn quasi triffst, dass man dann eine sehr große Enttäuschung in sich hat. Geht ja auch immer als Trainer nicht anders da. Wenn man am nächsten Tag aufs Gelände kommt, ist ja dann schon mal die Emotionalität ein bisschen raus und dann ist einfach das Gute miteinander überwiegend. Und trotzdem ist es ja klar, wenn man Spiele verliert, dass man da nicht so fröhlich übers Gelände läuft, wie man gewinnt. Trotzdem ist das alles in Ordnung bei uns. Da sehe ich jetzt nicht, dass die Stimmung kippt und dass die Jungs jetzt heulend durch die Gegend laufen. Wir wussten von Beginn an, was es für eine Challenge ist, in der Bundesliga zu spielen. Und von dem her ist alles okay. Die Jungs sind okay drauf. Und ich glaube, morgen haben wir ein gutes Mindset, um das Spiel zu gewinnen. Und da wollen wir alles dran setzen. Ja, Matthias Herrmann bitte mit der nächsten Frage. Ja, zum Gegner nochmal. Da sitzt ja mit Frank Schmidt, kann man ja schon sagen, eine Besonderheit fast schon auf dem Trainerstuhl mit der Dienstzeit. Wie blickst du da so drauf oder wie blickt man da so im Allgemeinen drauf? Ist das was, was man auch irgendwie erreichen will oder sagt man, das ist so außergewöhnlich, das geht wahrscheinlich nur an Heidenheim? Ja, die Geschichte Heidenheim, Frank Schmidt ist ja schon nochmal ganz besonders. Ich bin ja jetzt noch ein bisschen näher dran wie hier im Norden. Ich glaube, Frank ist, glaube ich, ein paar hundert Meter vom Stadion, ist er auf die Welt gekommen oder ist er aufgewachsen. Also von dem her ist er dann schon eine ganz besondere Bindung. Und großen Respekt habe ich vor Frank, dass er da diese Jahre so abspult und auf welchem Niveau sie spielen und wie sich der Verein und die Mannschaft auch entwickelt hat. Da kann man nicht genug Respekt haben. Aber dann das auf sich selber zu projizieren, ist schwer. Weil ich glaube, auch wenn man Frank fragt, ist es jetzt nicht so, dass er dann vor, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, vor 14 Jahren oder so, irgendwann mal angefangen hat Trainer zu sein und gesagt hat, ich mache das jetzt die nächsten 20 Jahre. Also ich glaube, das ist ja dann auch immer ein Prozess, der sich immer weiter beschleunigt hat. Und von dem her, ich bin jetzt auch schon eine Weile hier, mir macht es auch noch Spaß. Mal sehen, was dabei rauskommt. Andreas, bitte. Ich muss dann auch, wenn es dich nervt, die Diskussion Viererkette, Dreierkette, Fünferkette. Du hast aber ja gesagt, es bedarf auf dem Rasen der gegenseitigen Unterstützung, dass man sich anfeuert, wenn man Zweikämpfe gewinnt und so weiter und so weiter. Also dieses gegenseitige Coachen, dieses gegenseitige Anfeuern, wäre da nicht die Umstrukturierung der Grundordnung, zum Beispiel hin zu einer Viererkette, ein zusätzlicher Reizpunkt, um die letzten, vielleicht die allerletzten Sinne zu schärfen? Ich glaube, diese Viererkette, Fünferkette, Dreierkette, da geht es ja nur darum, wo ist meine Position auf dem Feld und wie kann ich dann den Gegner attackieren. Und manchmal gibt es im Spiel Situationen, wo es halt besser ist, der, sagen wir mal, der linke Außenverteidiger oder Flügelverteidiger steht einfach zehn Meter höher und dann denkt man draußen, oh, die spielen ja eine Viererkette. Und manchmal ist es so, wenn ich andere Mannschaften sehe, denke ich mal, die spielen eine Sechserkette, weil die Außenstürmer sich von den Außenverteidiger ziehen lassen, dann spielen die eine Sechserkette. Also für mich geht es nur darum, eine Position zu finden, dass man keinen langen Anlaufweg hat, als Beispiel. Und daraus ergibt sich dann, für dich ist es eine Viererkette, eine Fünferkette, eine Sechserkette und von dem her hat das jetzt keine Relevanz und das Anfeuern, glaube ich, geht auch mit einer Viererkette, mit einer Fünferkette, das ist völlig egal. Das geht um die Bereitschaft, sich gegenseitig zu coachen, zu unterstützen. Das ist das Entscheidende, das ist wichtig und das müssen wir machen, noch mehr vielleicht wie alle anderen, weil wir, glaube ich, ein gutes Gefühl auf dem Platz brauchen, weil wir gegenseitige Unterstützung brauchen, auch wenn einer einen Zweikampf mal verlieren sollte, dass der andere da ist, dass er das im Vorfeld schon weiß. Ich glaube, da geht man auch mit einem ganz anderen Gefühl in den Zweikampf und das sind so kleine Dinge, die für uns wichtig sind und da sehe ich schon Fortschritte. Also wenn ich jetzt die letzten zwei Spiele nehme, Union Berlin und Köln, da sehe ich jetzt nicht per se, dass Holstein Kiel ein Problem hat in der Abwehr. Also wenn ich jetzt die Spiele einfach sehe und sehe, wie viele Torchancen der Gegner hat, weiß ich nicht, da komme ich nicht auf viele. Trotzdem haben wir beide Spiele verloren, müssen es noch besser machen. Und das sind die Dinge, woran wir arbeiten. Weitere Fragen, dann bitte ich um das Handzeichen einmal das Mikro bitte zu leeren. Ja, letzte Woche in Stuttgart war es ja sehr eng gegen einen Champions League Teilnehmer. Nun gab es zwar wieder eine Niederlage und dafür könnt ihr euch natürlich auch nichts kaufen, aber habt ihr trotzdem ein bisschen Selbstvertrauen mitnehmen können aus dem Spiel, wenn man sieht, dass man gegen so einen Gegner mithalten kann? Ja, das ist ja das, was ich vorhin angesprochen habe. Wir müssen ja immer die Leistung bewerten und reicht es dann, um die Punkte zu kommen oder reicht es nicht, um die Punkte zu kommen? Und ich glaube, unsere Leistung Union Berlin war absolut in Ordnung. Da hätten wir auch einen Punkt oder sogar drei verdient, haben sie aber nicht geschafft. Und dann müssen wir einfach weiter zulegen. Und dann gibt es halt immer Themen, woran wir arbeiten müssen. Jetzt haben wir das Spiel Köln aufgearbeitet, da hatten wir jetzt viel den Ball, hatten aber für den Ballbesitz zu wenig Chancen. Und dann müssen wir gucken, okay, woran lag das? Jetzt ist Heidenheim wieder ein anderes Spiel, weil Heidenheim auch anders verteidigt. Also von dem her, wir müssen immer wieder an allen Stellschrauben drehen. Das machen wir auch. Dafür sind die Trainer da. Das machen wir auch voll gerne. Die Jungs haben da auch Bock drauf. Und dann wird es auch vorwärts gehen. Samir, bitte. Verzweifelt man eigentlich so ein bisschen daran, wenn man oft so dieses nötige Quäntchen Spielglück nicht hat? Also gegen Stuttgart geht der Kopfball von Maschino kurz daneben. Gegen Köln wird das vermeintliche Stürmerfoul nicht gefiffen. Weil es immer wieder so eine Situation gibt, wo man als Trainer denkt, in der letzten Saison lief das noch für uns? Dass so eine, ich sag mal, Cointos-Entscheidung immer gegen einen laufen? Ja, das sind unterschiedliche Dinge. Das eine sind Schiedsrichterentscheidungen. Das kann ich nicht beeinflussen. Das müssen Außenstehende machen. Wenn man jetzt gerade das Spiel Köln sieht, dann kann sich jeder sein eigenes Urteil bilden. Also in jede Richtung. Das andere, klar, jetzt explizit die Chance Schuto. Könnte reingehen, dann steht es 2-2. Und trotzdem, wenn man das große Ganze sieht, spielen wir einfach auch gegen bessere Gegner. Das hat nichts damit zu tun, dass Schuto den Ball nicht reinmachen kann. Aber es ist halt einfach so, dass der Gegner deutlich weniger Chancen braucht wie letztes Jahr. Und es wird einfach viel mehr bestraft, was man ja auch so sagt. In der Bundesliga wird jeder Spieler bestraft. Liegt einfach daran, dass die Qualität höher ist. Und deswegen müssen wir einfach noch besser verteidigen. Wenn ich sage, der Gegner hat nicht viele Chancen, machen die halt trotzdem noch Tore. Dann müssen wir es halt noch besser machen. Und da sind wir auf dem Weg dahin. Ich glaube, das sieht man auch. Und mit dem nötigen Glück und Pech, da will ich gar nicht anfangen. Das kommt dann mit der Zeit, wenn man beharrlich bleibt. Aber wir müssen dafür sorgen, dass wir unser Niveau spielen, dass wir unser Niveau besser machen. Und alles andere wird mit der Zeit dann kommen. Ja, weitere Fragen? Dann bitte ich einmal um das kurze Handzeichen. Das scheint nicht mehr der Fall zu sein. Dann danke ich für die Teilnahme an der Pressekonferenz hier von Holstein Kiel. Und dann wünsche ich allen noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen hier am Holstein Stadion. Dankeschön. Copyright Untertitel. Musik Bis zum nächsten Mal.